Okay Boss, Auftrag ausgeführt. Na gut kleiner Mann, dann bring ihn mal zu mir. Alles klar. Wo fahren wir jetzt hin? Ich geleite sie jetzt zum Boss. Wo ist denn der Boss? Na der alleinige Weltmonarch. Alleinige Weltmonarch? Natürlich, bis sie ihn ein Begriff sei. Das ist mir nix Alter. Fährt er so gut Auto wie du oder was? Er ist ein bisschen besser. Ich bin eigentlich nur fürs Putzen zuständig. Ja, okay. Und wo sind wir jetzt hier? Wir sind hier an einem schönen Fleckchen. Hier wird es ihnen sicher gefallen. Aufs Abwechslung können sie doch gebrauchen, Master Held hier. Auf jeden Fall Alter. Sehr gut, sehr gut. Was ist denn das für eine Fahrweise? Jetzt ist es hart. Weißt du was, halt mal an. Nicht fahr, aussteigen. Aussteigen, raus. Kann doch nicht sein Alter. Das gilt nicht immer. Super. Wo sitzt du denn hier? Jetzt zeig ich dir übers Herz. Das Wichtigste nicht anschneiden. Was hab ich bereits gelernt beim Boss? Hat der Boss dir das beigebracht. Scheint ja nen netten Boss zu haben. Ja. 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 Stoff war deiner Frau zu stark Sie sag zwar, sie wär clean, doch drückt eh wie bei ner Aufzugsfahrt Und Rapper, die von Geld erzählen, verdienen nur kleine Sümmchen Labern ständig von Koks, doch kaufen Pep wie Bayern München Ähneln Junkies vom Bahnhof, schmeißen sich schmutzige Pillen Weil sie nur Kack-Dealer kennen, wie wenn ich Russisch sprechen will Mir passt du Nutte nicht ins Bild, ich fick deine Mutter separat Zu deiner Schwester, beide wollen Schwanz, ich hab den separat Wieder mal angeklagt, willst weiter weg ficken Deine Tage sind gezählt wie der Urlaub von Beschäftigten Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017